Hier wird die erste Szene gedreht vom Hauptteil. Wir haben hier einen Platz, wo sich eine Hackerin befindet, die versucht mit ihrem Hack die Menschheit zum Umdenken zu bewegen. Sehr schön, richtig geil. Aber das wirkt halt richtig, weil du siehst, wie anstrengend sie bei der Sache ist. Das finde ich mega gut. Pol an, Kamera an, Stativ, Szene 7, Take 1. So, das erste Problem ist natürlich aufgetaucht. Wir hatten ein wenig, nicht mit so viel Stromverbrauch gerechnet. Wir haben hier irgendwie gerade eine Kabeltrommel zerschmolzen. Ist ein wenig warm geworden. Naja gut, wir hatten auch eine Heizung und halt alles, was man so braucht, hat man da dran. Hier, bei dieser lustigen, unbewohnten Wohnung, haben wir halt gedacht, naja, leg ich mal eben ein Kabel von unten nach oben. Hat nicht so sollen sein. Das ist ganz schön hell im Hintergrund, hä? Wie wärs denn, wenn wir uns in die andere Richtung stellen? Das kann ich denn, glaube irgendwo. Hallo. Ganz schön hell im Hintergrund, der Pop hat schon echt. Lass uns doch mal so hier hinstellen, dass man die... Stehen wir ja bei ihr im Bett. Ich kann mich dann bei irgendjemandem nicht ins Bett stellen. Irgendwo ganz hinten. Hi. Gese. 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 Ich muss hier fünf Sachen auf einmal machen. Nenni, du kommst hier von neben uns, ne? Wird eigentlich ja schlecht. Dann guckst du erst den Schrenz da rein. Alles klar. Und dann gleich zur Tür. Ja. Gut. Kamera an, Ton an. Ich sehe da zwölf, Tag zwei. Das ist es. Ja. Das ist es. Zweiter Drehtag. Wir drehen jetzt hier die Frühstücksszene. Bei Julian Kassel im Chateau. Zeig mir den Tisch. Chateau. Hallo. 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 Schlapp. Papa. Escher. Du bist uninteressant. Julian, du bist da am Essen. Das ist praktisch das. Genauso wie das, nur ein kleines. Gleicht die Kamera aus, dass die immer in Waage steht. Die Klappe höher aus der Waage. Er schaust aus. Geht in Ordnung. Er darf gleich Action rufen. Zehn zur Not. Ton an. Ja. Kamera an. Zehn ist 17. Take eins. Action. Zehn 24, take zwei. Okay. So läuft. Kamera live. Kamera läuft. 10, 28, Take 1. Take! Geil! Das geht nicht ab. Nee, das bereiten wir mal vor. Doch oft sagen, das Take hält nicht so gut. Ich hab's eigentlich nicht gedacht, weil wer jetzt gestern schon fünfmal dran ging, dann wird abgemacht. Das ist nur oben der Ecke, ja. Das war wie in so einem... 2,5 Minuten. Geil! Ihr kommt hier rein. Ja, deswegen weiß ich nicht, ihr wart. Aber das ist okay. Die Person noch hier ist, ist aber keiner da. Dann müsst ihr so... Ja, so ein bisschen Brastiges. Diese Zettel einfach so... Ich hoffe, dass ihr mit kaputt geht. Ja, und ganz am Anfang, wenn sie reinkommen, dieses... Dass ihr erstmal seht, dass ich nicht mehr da bin. Ihr seht, dass sie nicht mehr da sind. Genau, weil er hat's gut gemacht, ist mir aufgefallen. Also er hat kurz so verzweifelt, scheiße, die ist weg. Und er ist gleich so strikt zum Zettel gewandt, als wenn er schon wüsste, dass da dieser Zettel ist. Genau, ihr findet den dann erst. So läuft, das ist dann so... Durch die Wand ist das halt... Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Nachdem dir den Satz? Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020